Wenn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann, ich will den Cowboy als Mann. Mama sagt, nun wird es Zeit, den brauchst du Mann. Unsere Frut nimmt gleich den von mir an, denn der ist frei, der Hund ist frei. Ich kann es jetzt zwischen vorne in den Schein, hier ist die Susanne, die Frau, ich nehme den einen, ich nehme den anderen, jetzt ist es ganz raus. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass die ganzen Leute nicht verlieren. Es ist toll, was du da machst. Du hast zwar die Übung nicht ganz verstanden, aber es ist egal. Und ihr zwei werden zum Haxen wieder raus. Du tust nicht nie raus, hey! Sonst kriegt er neue Frisur. Ich weiß nicht. Das war's gut.